hallo und herzlich willkommen zu einer weiten folge ich habe stöcke auch keine mehr belastend so ich wollte eine schaufel machen was wollte ich noch machen wollte irgendwas mitnehmen wollte irgendwas ablegen nicht dass ich wüsste eigentlich passt, komm wir gehen hoch ups könnten ein bisschen was von dem ne ich lass es mal wer weiß der regen das ist schon brachial laut der ist kann es mir jedes mal wieder sagen hier oben hat er leichter der regen und der geht dann den schnee über wie weit geht das hier raus oh das war jetzt blödsinn glaube ich so sehen wir schon raus dann würde ich sagen lassen wir das hier und machen das wieder zu mit Dingen so so das nehmen wir mit dann gehen wir wieder eins höher klappier komiker da draußen ich weiß nicht ob ihr das auch hört macht ich kriege jetzt gleich die krise jetzt habe ich jetzt war ich doch gerade da unten ich habe eine schaufel gemacht ich habe eine schaufel gemacht habe überhaupt nicht gesehen ich mache immer nur eine ne weil ja mein inventar sowieso voll ist und deshalb mache ich immer nur eins von den dingern normalerweise habe ich ja die werkbank immer am mann und stelle ich die schnell auf und mache das aber irgendwie habe ich die vor lauter dummheit jetzt da unten hingestellt ich bräuchte sowieso abbauen und mitnehmen aber so hier ist es jedenfalls so dass es weitergehen muss jetzt in die richtung jetzt haben wir auch keinen clean stone mehr wieso sollten wir denn clean stone am mann haben so wäre ja blödsinn wenn wir die sachen die wir brauchen auch mit uns führen würden macht da wenig sinn oder alter vater so hier jedenfalls ist alles schön weiß immer auf der seite hier bis zum wir müssen hier auch noch weiß mal aber das schauen wir dann wir können an sich auf jeden fall hier muss es geht es hoch halt es geht hoch ein hoch noch ein bis hinten bis hinten bis hinten jetzt können wir meine dünne rausnehmen in den kies ich sehe nichts ich sehe nichts wie sie sehen sehen sie nichts machen wir mal provisorisch eine lampe dran brett dann hier vielleicht beginst und rein da schneid es rein dann machen wir hier hinten die wand so wie es zischt hier der kamerad das ist die mitte jetzt noch hoch und hier da müssen wir schauen dass wir hier machen wir mit erde zu mit stein dann geht es hier wieder hoch hier sowieso halt das maß verkehrte mit schauen wie das wie das rausgeht irgendwie müssen wir jetzt hier nach oben kommen jetzt müssen wir noch hoch hier wo wo das war wieder zwei kampf den hätte ich jetzt fast wieder verloren schau dir mal die herzen an was wäre es gewesen da liegt was das brauchen wir wenn wir schon gekämpft haben mit dem dann holen wir uns auch die dinge die der kamerad hat fallen lassen wir haben nichts mehr zu essen mal eine kleine randbemerkung mal eine kleine randbemerkung wir müssen hier volle fälle höher volle fälle höher dass wir hier auskommen so es schneit hier permanent was mich jetzt nicht wirklich vom hocker haut ganz ehrlich bin mit das wir müssen quasi hier noch einen höher oder sehe ich das richtig kann das sein dass das korrekt ist ne oder ach du meine Güte wir müssen hier auch noch die Sonne kommt durch super wir müssen hier so hoch Haben wir jetzt wieder Glück gehabt, glaube ich. Ist das jetzt hier das richtige Vorgehen? Das eh an den Tag legen, ich denke ja. So, allerdings. Okay, nochmal folgendes, wir machen hier zu. Hier oben wird, wird das schneller, können wir hier, nein, können wir nicht. Wir müssen das drin lassen. Aber hier können wir den reinmalen, wenn wir hier das so schließen. Hier können wir ja eigentlich... Oder? Das ist ja... Weniger von Interesse. Wie das da aussieht. Und darum können wir hier auch... Ich meine, hier ist alles Erde. Erde, dann würde ich vorschlagen, dass wir das hier einfach mit Erde zumachen. Sieht man diesen? Ja. Ja. Wir könnten hier auch noch Erde machen. Pass auf, das machen wir. Hier machen wir auch noch Erde. Okay. Dass man das nicht sieht. Hier. Sollen wir schlafen gehen, dass wir Tag kriegen? Wäre vielleicht... Wäre vielleicht... Nicht schlecht. Oder die Etage in Einzüge, glaube ich. Das ist unser Bett. Hier. Achja. Achja. So. Jetzt müssen wir nochmal hoch. So. Das kommt weg. Was ist das? Okay, muss hier was weißes rein. Das hier, wir machen hier das so zu. Können wir es auch komplett zu machen. Das merkt gar keiner dann. Das wissen wir hier. So, dass das hier ein ganzer Block ist, sozusagen. Wir hier reingehen. Und das hier gibt ja eine Dachterrasse. Wir müssen hier hoch, zwei. Also es muss auf alle Fälle hier zwei noch drüber sein. Eigentlich eh bis hier. Oder wir kommen hier mit einem Glasdeckel drauf. Dann hier rauf. Da ist eine Lücke dazwischen. Das ist prinzipiell nicht schön hier. Aber wir sind hier schon im Freien. Okay, so. Wir müssen leider hier. Das muss auf alle Fälle so zu. Da kommen wir nicht drum rum, weil wenn da ein Glas drauf soll. So oben drüber. Und wir machen hier einfach so ein offenes. So einen Deckel drauf, der uns diesen Bereich überdacht. dann. Ha. Da habe ich gerade überlegt. Boah, jetzt habe ich fast abgestürzt hier. 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 Hier ist Gras. Hier. 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 Das machen wir. Hier. Hier. habe noch diesen hier machen dann ist es zu das ist jetzt ja komisch oder blöd wenn ich jetzt hier noch licht mache den hier wieder rausnehmen klar dass ich den nicht gefangenen krieg ich muss ja irgendwie hier halbwegs anständig eine lösung hinbringen die weil sonst ist hier halt einfach mal auf einen schlag erde würde uns das stören also hier wäre es jetzt nicht so tragisch da kommt den wieder weg das ist ein bisschen locker hoch geht hier haben wir Gras hier wächst Gras ja mäh ist ja gut passt soll ich dich einmal nach unten geleiten möchtest du zu der anderen Herde da runter wäre eine Möglichkeit die ich dir anbieten könnte das hier könnte ich wenn ich wollte auch noch tauschen mischen wir dann sogar fast oder dick wägen machen wir aber trotzdem hier so was vielleicht und hier dann den Zaun her oder so muss man auch nicht runterfällt die Frage ist jetzt da müssen wir den noch rausnehmen ich bin gleich so weit wir könnten uns aber eigentlich trotzdem schon mal voneinander verabschieden hier müssen wir dann halt irgendwie nach oben so vielleicht und dann ist die Frage wir könnten das hier irgendwie so zu machen hier geht's ja hoch wir haben nur noch zwei von diesen Dingern fertig also hier können wir rein Zimmer der geht wieder hoch und dann müssen wir hier jetzt irgendwie glastechnisch was drüber machen den Glasdeckel und mal hier das wäre die Möglichkeit dass wir hier einfach das anders so dass wir hier keine Wiese haben sondern das Ding hier halt so einbauen das Ding hier halt so einbauen oh so vielleicht wir könnten natürlich auch so machen dass das Grüne hier rüber geht und hier außen das Glas bleibt und hier nochmal ein bisschen ganz ideal ist es nicht aber vor allem was wir machen mit dem Licht setzen wir da noch ein bisschen was drauf und setzen noch eine Lampe hin irgendwie müssen wir noch da hoch ja jetzt haben wir noch zwei Zimmer jetzt haben wir zu vermieten wir können ja schwer mit einer Leiter hier hoch gehen das wäre natürlich auch nicht so wirklich ideal und mit einer Treppe ich bin schon wieder weit über der Zeit Leute ich mache Feierabend ich wünsche euch alles Gute wieder und ja wir sehen uns einfach zum nächsten Mal dann wieder da unten können wir ein bisschen Knochen abstauben ja bis dahin ciao euer Edi ich bin gespannt wie es heute geht 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 ich bin gespannt wie es heute geht